So, wo bin ich jetzt gelandet? Mal wieder tief in Niedersachsen. Klosterkirche St. Maria und St. Georg. Und was steht hier dran? Stiftskirche St. Georg Grauhof. Klosterwanderweg. Mal wieder ohne Nummer, nur für das Klosterweg-Stempelheft. Hier auch noch einen Stempel, dann kann ich mir die Klosternadel holen. Hier ist nichts los. Riesiges Kruzifix hängt hier. Daran erkennt man katholisch auch nicht schlecht.